Yo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zum nächsten Video, zum 100k Live Reaction Video. Wir stehen kurz vor den 100.000 Abonnenten. Ich bin auf YouNow live am Start. Wir haben jetzt aktuell 900, wahrscheinlich 99.994. Oh shit Freunde, gleich knallt's hier richtig, ja. Noch 6 Abonnenten. So langsam fang ich auch an zu zittern, Freunde, hier. Ihr wisst bescheid, oh fuck, die Kämme zittert voll, Alter. Shit, was ist da los, Alter. Aber 994, Freunde, nicht mehr viel, dann haben wir, oh mein Gott, dann haben wir 100.000 auf YouTube. 995, Freunde, gleich ist hier Rabatz, ja. Oh fuck, Digga, die Kämme zittert voll, Alter. Fuck, oh shit. Kriegt ihr das mit? 996, lieben Gruß an euch. Oh mein Gott, ich werde es jetzt einfach so lange laufen lassen, Freunde, oder ich cutte das dann einfach zusammen, wenn die 100 voll sind. 999, 997. Oh mein Gott, Freunde, ihr seid gleich, 999. Oh mein Gott, 1.000. Jetzt ist wieder eine deabonniert, alles klar. Freunde, wir haben die 100.000. Wir haben die 100.000. Jetzt deabonnieren schon wieder, Leute. Jetzt deabonnieren schon wieder zwei, Leute. Was ist denn jetzt groß? Jetzt ist völlige Eskalation. Jetzt deabonnieren schon wieder fünf, Leute. Alles klar, Alter. Jetzt ist ja die komplette Eskalation hier, ja. Jetzt deabonnieren sie wieder alle, weil sie einfach denken, nee, das gönnen wir ihm einfach nicht, ja. Oh mein Gott, meine Freunde. Was ist jetzt los? Macht bitte die 100.000 wieder voll, ja. Die Leute denken sich so, nö, das gönnen wir ihm einfach nicht, ja. Das gönnen wir ihm einfach nicht. Weil die 100.000, nö, die soll er einfach nicht bekommen, ja. Die soll er einfach nicht bekommen. Auf jeden Fall, Freunde. Ich muss mich erst mal wieder hinsetzen, ja. Ist gerade so heftig. Jetzt fehlen wieder fünfe. Freunde. Was kann ich sagen? Ich muss hier jetzt mal die Musik ausmachen, sonst kriege ich vielleicht ein Copyright oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ihr habt es gesehen, Freunde. Die 100.000 Abonnenten sind geknackt, ja. Auch wenn jetzt wieder Leute deabonnieren und wieder abonnieren. Oh, meine Güte, jetzt zittert meine Hand, Alter. Könnt ihr das sehen? Mein, boah, ich kann die Cam gar nicht richtig halten. Freunde. Über vier Jahre YouTube. 100.000 Abonnenten. Freunde, ich bin, äh, wirklich extrem überwältigt, ja. Ich bedanke mich bei motherfucking allen, die mich in der Zeit unterstützt haben. Seit Tag 1 oder seit 10.000 Abonnenten oder seit 1.000 oder seit 50.000. Freunde, vielen, vielen Dank, ja. Ich möchte mich hier extremst bedanken bei euch, ja, dass ihr mir wirklich jahrelang euren heftigen Support gegeben habt, ja. Sei es der Shop, sei es der Merchstore, sei es die YouTube-Videos. Gucken, kommentieren, liken, dies, das, Freunde. Mega heftig. Darauf muss jetzt erst mal wieder klarkommen, ja. In dem, äh, Live-Counter-Dingens hier. Switches die ganze Zeit hin und her. Ja, 999, äh, dann wieder, äh, 98. Der YouNow-Chat eskaliert ja auch. Und da sind wieder die 100.000, meine Freunde, ja. Mal gucken, wie lange die bleiben. Jetzt sind wieder 99.999. Freunde, oh mein Gott. Wie gesagt, jetzt stehen die 100.000 da, ja. Ich werde es auch, denke ich mal, in Sunday packen oder irgendwie, ja. Auf jeden Fall, Freunde, vielen Dank für euren Support. Und bevor ich hier gleich wegklappe, äh, kann ich nur Danke sagen, ja. Vielen, vielen Dank, meine Freunde. Ein 100.000-Abonnenten-Special kommt auch in den nächsten Wochen, ja. Das wird jetzt auch abgedreht, ja. Das wird auch sehr, sehr viel Arbeit. YouNow-Chat ist am eskalieren. Lieben Gruß an euch, Freunde. Auch vielen Dank, äh, an euch. Und ihr seht, äh, die Kamera wackelt hier so krass rum, ja. Ich kann mich einfach nur bedanken, meine Freunde. Vielen, vielen Dank für 100.000 Abonnenten auf YouTube. Vielen, vielen Dank. Der Silver Play Button wird demnächst auch beantragt werden. Mein Herz, boom, 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 boom. Mega heftig, meine Freunde, ja. In diesem Sinne, ich bedanke mich fürs Einschalten, meine Freunde. Wir sehen uns am Sonntag wieder in einem wunderschönen Video, meine Freunde. Danke, danke, danke. Ich bin jetzt draußen. Haut rein, euer Shisha Schmitty. Peace.